Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Wir sind jetzt gerade in der Lobby und suchen uns ein Kit aus und zwar nehmen wir wie immer unseren Barbaren und als Map nehmen wir einfach mal den stinknormalen Forest. Und als Zeitvertreib, solange bis es anfängt, machen wir einen Jump-In-One. Das war jetzt ganz toll. Weil ich nichts gesehen habe und ich einfach runtergelaufen bin. So. Zack. Und zack, so, ja. Boah, Scheibenkleister. Ja, letzte Runde liefern nicht so perfekt für uns, sagen wir es mal so. Und ja, ich hatte zwar ein Diamantschwert, aber es hat mir überhaupt nichts gebracht. Weil, ja, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, weil ich nicht getroffen habe. Einfach. Und ja, mal sehen, ob wir diese Runde besser machen. Und hier habe ich gerade mein Ohr. So. Gut, in 30 Sekunden geht es auch gleich schon los. Welche Map spielen wir nochmal? Taga. Ach so, da ist die hier. Gut. Die kenne ich zumindest. Aber gespielt habe ich schon mal gespielt. Ich weiß gar nicht. So. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Frohes neues Jahr. Okay. Okay. Zwei Gold. Können wir wenigstens ein Goldschwert machen. Hey. So. Die Kuh, die schneiden wir gleich mal tot. Die hier auch. So. Und jetzt nehmen wir einfach nochmal ein bisschen Holz hier mit. So. Ich nehme gleich mal den ganzen Baum mit, damit ich genug habe. Man weiß ja nie, wenn man eine Workbench braucht. Oder Holz. Oder Sticks. So. Schneller. Boah. Noch eins. Wirklich? So. Okay. Auf jeden Fall brauche ich noch mehr Essen. Fünf. Fleisch reichen da, glaube ich, eher weniger. Für eine ganze Runde. Und. Ähm. Sieht doch ganz schlecht mit Essen aus hier. Jetzt gerade so hier bei mir in der Nähe. Und da vorne habe ich, glaube ich, auch gerade eine Anerkiste entdeckt. Oh. Und hier will ich nicht sein. Hui. Oh. Oh. So. Einfach mal von oben gekillt. Boah. Seidigkeit zwei. Yo. Na klar. Ich gehe hier richtig ab. Ich bin, äh, so. Nusen Bolt. Ja. Nusen Bolt kennt ihr den? Hm? Schnell. Weg her. So. Wie lange habe ich denn das gar nicht mehr. Okay. So. Hier gibt es genug zu essen. Hey. Oh. Yo. Na klar. Ja, na klar. Scheiße. Das war jetzt, äh, scheiße. Das war blöd gelaufen. Okay. Oh, guck mal da. Zwölf. Werden wir sowieso nicht reinkommen. Weiß ich jetzt schon. Geh ich mal von aus. Ich hoffe, es braucht nicht so lange zum, äh, restarten. Weil ich soll hier schnell gehen. So Schlag auf Schlag. Die Runden hier. So. Ist immer noch lange, wie es da hat. Im, ah, jetzt hier. Und? Noch bin ich nicht drauf. Noch bin ich nicht drauf. Immer noch nicht. Boah, jetzt hörst du gleich voll. Und? Ich bin drauf. Warum stehe ich hier? Okay, ähm. Oh, es leckt gerade. Es leckt gerade. Ein FPS. Als. Warum habe ich einen FPS? Kann ich es mir nicht sagen. Als Kit nehme ich den. Barbaren. Ah, jetzt geht's wieder. Mensch. Und, äh, hier nehme ich, ähm. River. Warum ich hier einfach gespawnt bin, das weiß gar keiner. So, als Kit haben wir unsere Barbaren. Ach, und übrigens, wir haben wieder 100 FPS. Mhm. So. Jetzt rückt mir das Auge. Das ist schlimm. Hallo. Danke. Nein. Gut. Wann geht's denn los? Ja, ganz wilde VIPs hier, genau. Oh. Ich hab schon ganz, ich hab das Gefühl, dass ich durch ein, äh, Premium-Memmer gekickt werde. Warum? Keine Ahnung. Ich wusste es. Der YouTuber ist da noch. Scheuerter. Ich bin doch auch ein YouTuber. Mann. Ich will aber da rein. Lass mich da rein. Lass mich da rein. Scheiße, Mann. Äh. Warum immer ich? Ist doch scheiße, ist das. Boah. Das Spiel macht zwar Spaß, aber es ist scheiße, auf so einen scheiß Server zu kommen. Hast du auch keine Ahnung, Restarten, oder? Nö. Doch, da hat er da. EG26. Aber dort hab ich auch schon das Gefühl, dass ich da gekickt werde oder sowas ähnliches. Oder ich gar nicht erst reinkomme. Restart ist schneller. Ich bin auf dem Server, der Hüft. Ich bin drüff. Und jetzt bin ich wieder runter. Boah, das ist doch ein Scheiß, ist das. Das ist doch ein Scheiß. Hier, 0-4, da bin ich jetzt drauf. Lass mich drauf. Ich bin drauf. Für wie lange? Als Kid nehme ich wieder den Barbaren. Und abstellen tue ich wieder für River. So. So. Ich hoffe, jetzt bleibe ich hier mal drauf, bis ich auch wirklich mal spielen darf. Oder nicht, dass hier wieder ein YouTuber kommt oder ein Premium-Member und mich hier kickt von den Scheiß-Hörber. Hätte ich nicht für den YouTuber, wenn es gekickt werden können, eben gerade. Ist ja doch viel besser gewesen. Scheiße. Der letzte Sprung hier, der ist schrecklich. springen müsste man auch mal. Oder etwas später springen. Das kann ich nicht sehen. Lauf doch. Hey. Endlich mal. Noch lange mal wieder. Endlich habe ich geschafft. Endlich habe ich geschafft. Jump and run. Okay, wir spielen Savanne. 5, 4, 3, 2, 1, und los geht's. Bom. Okay. Schulter. Der hat bestimmt eine Schulter. So. Gut. Zuerst wieder erst mal was zu essen und Bäume. So. 5, 4, 3, 2, 1. Das ist Eisen, das ist Eisen. Ja. So, ich kann mir ein Eisenschwert machen. Aber erst mal hole ich mir Holz. Um überhaupt erst mal an der Workbench zu machen. So, hier nehmen wir gleich noch mal eins mit. Noch eins. Ups. Schneller. So, das wird glaube ich erst mal reichen. Aber jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch Tiere, die Essen geben. Da vorne sehe ich glaube ich schon, ist das ein Schaf? Ne. Doch, das ist ein Schaf. Schade. Da sind Schweine. Schweinchen. Oh, eine Menge, eine ganze Menge Schweinchen. Eine ganze Menge Schweinchen. Oh, hab ich das jetzt angesangelt? Ja, ich glaube. Hallo, sammelt den Scheiß doch mal ein hier. Oh. Ich wollte mir ein Eisenschwert machen, ne? Ja. So. Boah. Jetzt. Schnell. Nein, was mache ich da? Eisenschwert. Da vorne ist einer. Hat ich gespawnt. Die hole ich mir. Boah. 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 Ja, was ist das? Es wird... Oh. So. Ähm. Ich brauche noch nichts zu essen. Jo. So. Hier, komm. Das nehmen wir gleich mal so. 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 Ah, 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 ah. So. Der ist tot. Eben, ja, alles. Alles. Boah, fick dich. Ich will jetzt alles hier rausnehmen. Boah. Guck mal, da vorne ist einer. Oh. Hier will ich doch nicht hin. Da komm ich mal ein bisschen mal hoch. So. Ähm, hab ich... Ja, ich hab Eis. Ich könnte mir jetzt eigentlich noch ein bisschen Rüstung machen. Ich hoffe, dass hier jetzt gerade nirgendwo jemand... Nirgendwo jemand ist. Oh. Da über mir. Die hol ich mir. Hol dir. Scheiße. Okay, hier ist niemand. Da war es in der Kiste. Die hol ich mir. Essen. Das ist perfekt. Oh, da ist einer. Oh. Oh, cool. So. Der ist, äh, tot. Und jetzt kann ich mir, glaub ich, ein Eisenschild machen. Äh, ein Stein... Äh, äh, äh. Oh, scheiße. Da ist jemand. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ja. Okay. 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 Es läuft gerade ziemlich gut. So. Mein Inventar ist, äh, richtig voll. Ähm. Ähm, ja. Am liebsten würde ich mir jetzt was machen, aber ich hab voll Angst, dass ich jetzt gleich teleportiert werde. Ja, genau. Aber... Vielleicht kann das... Hier scheint keiner zu sein. Darum mach ich mir jetzt mal, äh, ein bisschen, äh, Rüstung, Eisenrüstung hier. Einen Helm. So. Ähm, das kann hier alles weg, ähm, hier die Feder kann weg, ähm, die Feder kann weg, ähm, die Feder kann weg, ähm, die Feder kann weg, äh, das Leder kann weg, äh, der Mannschwert packe ich mir mal, äh, hier hin. Dann kann das Holzschwert hier nämlich auch weg. Die Eisenschwerte lasse ich mal lieber da. Und wenn ich schon mal hier in meinem Tat bin, packe ich mir das hier ganz mal gleich hier so in den Hals. So. Ähm. So. Ähm, jetzt mach ich mir nochmal, äh, schnell, äh, wenigstens Eisenschuhe. Und die ziehe ich mir an, so. Und das kann weg. Essen haben... Wow, fuck. Jetzt hab ich die ganzen Sachen wieder eingesammelt. No. Oh, ich muss was essen. Scheiße. Ähm, hätte ich mir jetzt nicht die Switcher mal ins Metall legen können? Wär es nicht, äh, gut gewesen? Gut. Ähm, statt das Feuerzeug leg ich mir die Switcher da rein. So. Und was essen tue ich jetzt mal. Da vorne ist eine. Da vorne ist, glaub ich, ein ganzes Team. Scheiße. Scheiße. Oh. Irgendwie blieben. So. Eisen. Den brauch ich nicht. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. 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 Ich, äh, bin tot. Das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Sollen. Ja. Scheiße. Fuck. Naja. Okay. Diese Runde war mal besser als alle anderen. Und, ja. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann gebt halt einen Daumen runter. Und, ja. Dann sind wir uns... Oh, das sieht wunderschön aus. Dann sind wir uns beim nächsten Mal wieder. Und, ja. Bis dann, Leute. Und, ciao.